Musik Nein, 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 nein Musik Musik Alright, Jungs, stellt euch mal neben mich, denn es geht los mit einer wahnsinnig geilen Challenge Ihr solltet auf jeden Fall aufpassen, wohin ihr tretet, Jungs Denn, wir haben das ja das letzte Mal schon gespielt, dass wir nicht auf denselben oder mal auf den gleichen Blöcken stehen dürfen Wenn ihr zum Beispiel mal euer F3 aufmacht, dann seht ihr, welche Y-Höhe aktuell 63 Oh nein, 63 Oh, Pinguin Oh mein Gott Ach, du heiliges Kanon Ach, du heiliger Misty, Misty Fabo Wir haben das beim letzten Mal zu dritt richtig gut gemacht, und zwar immer schön 3, 2, 3, 2, 1 und hopp Und dann springen wir halt einfach gemeinsam auf die nächste Höhe Ach, wir müssen immer auf derselben Höhe bleiben? Das ist die Challenge Es geht heute darum, Minecraft durchzuspielen, während wir die ganze Zeit auf derselben Höhe sind Okay, wollen wir einfach mal loslegen Also, ich würde generell sagen, Jungs, wir dürfen einfach nicht springen, außer wir wollen zusammen auf einen neuen Block Ähm, und wenn wir sterben, ist es vorbei Ja, so, wie es halt bei einer Challenge ist, ne? Und was, wenn der Ender Drache einen hochkickt im End? Dann springen die anderen mit Dann müssen die anderen einfach schnell slash ab machen Hahaha Jungs, wollen wir, bevor wir den ganzen Wald abfarmen, uns richtig ärgern, dass wir jetzt so lange gefarmt haben Wollen wir nicht einfach versuchen, das mal zu viel zu teilen, dass wir hochspringen Okay Aber du sagst nicht go, weil du sagst mal, mhm, go Hahaha Okay, seid ihr bereit? Also, pass auf, nein, pass auf Nein, 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 nein Mein Count dann funktioniert Nein, 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 erzähl einfach weiter Wir müssen Karl noch aufklären, also, pass auf, Stegi zählt sehr komisch, aber es ist gut Erzähl nicht Wolle, ich kann erklären Okay, dann erklär Mach einfach, drei, zwei, eins, go So Es ist angenehmer mit drei, zwei, drei, zwei, eins, los Nein, 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 wirklich nicht, Stegi Drei, zwei, drei, zwei, eins, los Okay, ihr habt den Countdown nicht verstanden Hey, wir sind doch jetzt aber alle gleich gesprungen Sind wir nicht alle gleichzeitig gesprungen? Ich bin nicht gesprungen, weil ich der Schatz nicht gesprungen Aber trotzdem, wir waren doch innerhalb von einer Millisekunde tot Also, bei dem Countdown springe ich nicht, no joke Ich springe bei dem Countdown Okay Man, als ob jetzt der Countdown direkt schon die Gruppe auflöst Also, also, ganz ehrlich, der Countdown macht mich hardcore aggressiv, ich hasse das Ja, aber drei, zwei, drei, zwei, eins, go Okay, ich mach mit Juhu Jawohl Okay, wir probieren es nochmal, okay, Jungs? Ja Okay Mein Baum Nein, wir springen, also ich würde erstmal, bevor wir irgendwas fahren, lass uns erstmal versuchen, hier hoch zu springen Hier hoch? Ja Seid ihr bereit? Drei, zwei, drei, zwei, eins, los Oh, clean Oh, Alter Karl, sei ehrlich, wie satisfying war das? Lass nochmal machen, lass nochmal machen, drei, nochmal Drei, zwei, drei, zwei, eins, los Jetzt alle runter Drei, zwei, drei, zwei, eins, los Okay, okay, okay Hoch Drei, zwei, drei, zwei, eins, los Einfach so ein Workout Okay, 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 das ist, okay Wenn du es schnell machst, dann, dann akzeptiere ich das Gut Ich fühle mich wie Deathslash Dessauce, Alter Oh, da, Jungs, oh mein Gott, ich habe eine kranke Idee Lass doch Minecraft einfach direkt durchspielen auf einer Höhe Lass doch einfach immer unter uns Lass uns doch immer so fast bridgen einfach mäßig Also könnten wir halt Realtalk machen Das könnte man auch machen, ja Was willst du von mir? Ja, dass wir einfach die ganze Zeit unter uns Also, dass wir jetzt einfach halt sozusagen die ganze Zeit auf Höhe 69 bleiben Warum hinterfragt das keiner? Warum findet das so viele Leute gerade hier gut? Ich will so, ich will so in Ordnung Ich bin so dabei Ich bin so dabei Okay, dann brauche ich jetzt auf Snips PvP ist aus Ja, besser ist, glaube ich Warum ist PvP aus? Dieses verschwitzte Lachen, ne? Ja, hey Hey, seid ihr hier oben fertig? Ja, wir sollten eigentlich echt dann schnell runter Lass uns schon mal jetzt Dann müssen wir später nicht drüber diskutieren Einen Weg uns suchen Was würdet ihr jetzt sagen? Wohin? Zum Steine sammeln? Warte mal, ganz ehrlich Ganz ehrlich, Realtalk Was? Niemand hat was gesehen Was? Der Block hat nicht geplaced Der Block hat nicht geplaced No joke jetzt Zweimal aneinander Es ist die Spawnzone hier Ich glaube, hier ist das Spawn Protection Ist hier Spawn Protection? Wank, was war das denn? Ist das die nächste Stelle? Ich habe keine Blöcke geplaced oder was? Was, ja? Banko, was kannst du? Banko, was kannst du bei Bojang, ne? Nein, er hat keine OP gehabt Er hat keine Rechte, um Blöcke zu placeen Ich habe keine Rechte bekommen von fucking Banko, alter Das riecht sich so Was hat das denn Banko? Junge, die Gehaltskürzung Das hast du jetzt schon absichtlich gemacht, oder? Nein Ich wollte mich hier nur schnell durchbauen Ne, ist cool mit der Holzstaufel Was ist dein Problem? Du weh, Banko Warte mal, Veni ruft mich gerade an Oh ne Spaß War ein Witz, aber ich wollte nur gucken, wie er reagiert, aber nice Aber nice Gewonnen Ihr habt richtig reagiert Traut sich ja nicht gerade keiner mehr irgendwie Also wir bleiben jetzt einfach auf der Höhe und suchen jetzt ein Dorf Ich bereite jetzt mal ein Stein ein bisschen vor und so ein Holz So, ja, würde ich sagen Lass die ganze auf dieser Höhe bleiben Pabu, WTF? Jetzt das Dorf zu finden, ist ja jetzt nicht die Endstation, ne? Du darfst nicht vergessen, wir sind dann am Dorf Wir müssen dann trotzdem noch vom Ufer ans Dorf kommen Ja, Digga, jetzt hör auf Roleplay zu machen Nein, nein, aber ist doch cool Lass mal beim Reden Lass mal unsere Köpfe immer bewegen beim Reden Warte, red mal leiser, wenn ich so weiter weg bin von dir Jetzt komm doch mal her, Mann, jetzt komm doch her Ich hab mit dir geredet Hä, du flüsterst, das macht gar keinen Sinn Das machst du, wenn ich an den Namen Basti, jetzt komm mal her, bitte zu mir Warte, also, ihr müsst so mäßig noch rufen Basti Komm mal her Wir müssen dir was zeigen Basti, komm her Komm mal her, kurz Achso, warte, wir machen Roleplay mit der Stimme Basti, komm jetzt zu mir Da hinten hab ich was gesehen Weißt du? Warte, wo? Da? Da? Da hinten Da hinten, ja 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 Ich denke 65 Da kannst du straight durchballern Okay Ey, lass mal Reduck mit diesem Badline Warte, wer redet da? Warte mal, wer seht ihr den? Wer redet da? Ich hab ein Megafon, ich darf das Dicke, wer ist denn hier? Warte, das ist an meinem Handy Warte, ist das was in meinem Kopf? Warte, ich muss kurz an meinem Handy Ja, warte Leg's in die Mitte, leg's in die Mitte Dann hören wir es alle Mach Lautsprecher Warte, ich hör ihn, ich hör ihn Ja, hallo Hallo, wer ist da? Hallo Wer ist da? Ich musste lachen, sorry Wir haben aufgelegt, Fabo Man kann dich nicht mehr hören Ach, scheiße, wo ist Jungs Ich geh jetzt in die Höhle rein Hört ihr mich noch? Hallo? Jungs, hört ihr mich? Ganz leise nur Ich hör nur das Echo Was? Hallo? Ich hör nur das Echo Das ist eine Tropfsteinhöhle Warte, ich komm mal rein Hallo, 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 hallo Hast du wirklich ein echtes Megafon? Fabo Hallo, wie bist du? Bei uns sieht es eigentlich echt Voll nach dem Dorf gerade aus, Fabo Was war das jetzt? Stegi war auf 3 Stegi bist gesprungen Ich war auf 79 Ja, ich glaub eigentlich nicht direkt Aber ich weiß wirklich nicht, ob ich gesprungen bin Ja, okay, wir werden ja gleich so von der Redaktion was bekommen Yeah, oh, warte mal ganz kurz Ich weiß nicht, ob du gesprungen bist, Stegi Oh, jetzt bin ich mal gespannt War das viele Sprünge davon? Ja, also jetzt geht mal drauf und dann zählt mal Stegi Lass mal Stegi vote kicken 3, 2, 3, 2, 1, Klo 1, 2, 3, 2, 1 Oh mein Gott Also ich hab nichts gemacht, Jungs Timer, nicht springen Auf 3 1, 2, 3, nicht mehr springen Okay, let's go, weiter Jungs, wie wollen wir den Golem töten? Ihn ein Loch buddeln Ne, ich mach's mit einem Bogen Wasi, hier Gole töte die? Achso, hast du ihn eingebaut, die? In wasi? Getrapped Oh Gott, der Arme Wollt ihr das wirklich tun? Wir brauchen Eisen Aber, schauen dir an Ich würde nicht so nah rangehen Der bewegt sich auch noch Oh mein Gott Ich hab ansonsten für jeden einen Bogen Karl, deine Waffe Fabo, deine Waffe Danke, Alter Stegi, deine Waffe Ich weiß, dass du schätzt Dankeschön Wollen wir das dann erst anzünden, wenn wir drinnen stehen? Äh, ja Okay So, dann kommt mal alle rein 3, 2 Wo ist eigentlich der Timer hin? Hä, wo ist der Timer hin? Oh, Timer ist wieder da Oh, Timer ist da Jetzt müssen wir uns voll zu drehen, ne? Ja, jetzt muss man sich mal konzentrieren und nicht bewegen Nicken Okay, pass Pass, pass Geil Ey, du schaffst das Super, Fabo, weiter Du hast die meisten Muckis Ja, das ist ein Baba netter Weiß nicht, wohin Das Ding ist halt Könnten wir uns nicht alle auf einen Block jetzt stellen Und dann einfach im freien Fall Auf den Also wir fallen doch alle gleich schnell, oder? Ja Ja Oder ist Fabo ein bisschen schwerer und fällt schneller Nein, aber Retalk Ich würde das eigentlich ganz gerne testen Guck mal Ich baue jetzt einfach Also und Wir sind alle auf einem Block Und ich baue den ab, oder? Also jetzt rein von der Logik Ist das jetzt nicht dumm, oder? Ja, ja, ne, ne Ja, 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 ja Bob Bob Wow King Ey, sag mal bitte ehrlich, wie krass war das? Das war insane Acht von zehn, acht von zehn Ich habe so safe gedacht, dass wir sterben Oh, da ist ne Festung Ah, da ist ne Festung No way Da hochzukommen wird so eklig Wir müssen uns alle, alle, ähm, springen, Block setzen Springen, Block setzen Ja Ähm, hat einer noch Blöcke für mich? Wie viele brauchst du noch? Oder wie viele hast du? Also wir machen das jetzt wirklich so auf Timing Und dann, wie ist der Rhythmus jetzt, den wir machen? Drei, zwei, drei, zwei, eins, los Und dann immer so hintereinander weg, oder so? Genau Okay Seid ihr bereit? Ja Drei, zwei, drei, zwei, eins, los Jo, wie spät war das? Nee, nee, nee Das ging schon Ich stehe hier auch der Einzige mit Holz Nochmal Drei, zwei, drei, zwei, eins, los 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 Lass jetzt im Kanon Drei, zwei, drei, zwei, eins, los Drei, zwei, eins, los Drei, zwei, drei, zwei, eins, los Drei, zwei, eins, los Drei, zwei, eins, los Alter, so gut Uff, mein Sattel Hab eine Blaze? Noch mehr? Hier war auch schon eine Was, siehst du die da hinten? Welche? Achso, ja Wieder? Noch einer Noch einer Die Frage ist mir, wie wir genau beim Lootens machen wollen Ob wir das Ding dann abbauen von unten Ja, einfach abbauen Ich würde einfach sagen, wir warten einfach bis halt sauviele gespawnt sind Und dann können wir den abbauen Also ich Ist ja relativ einfach, du musst dich einfach nur unten reinbauen Ja, genau Das Ding ist, da brennt halt leider jetzt alles Ich habe Angst, dass die Items verbräuchten Ja, eben Warte mal, vielleicht Warte mal Trick 17 Oh, mein Gott, ich bin so schlau Oh, hat das echt geklappt? Ja, ich habe sie gestackt aufgesammelt Wie viel? Sechs Ich habe auch sechs Ich habe einfach sie Ich habe auch ein Ich habe acht Dann lass noch eine sich jetzt halber nehmen, oder? Ich hätte nicht gedacht, dass wir das so gut hinbekommen Irgendwie, ne? Also, was sagt ihr? Ja, ist ultra easy Junge Fabo, full focus Und der American Sniper Rückzug Männer Mission erledigt Alle Braille-Stots bitte zum Basti Habe ich schon Zum Captain Basti Habe ich auch schon Achso Drei, zwei, eins, los Sehr gut Das ist die Stiege rüber Ja, aber krass Man sieht diese Minecraft-Welt voll mit Ahnen Augen Ja, wirklich anstrengend Drei, zwei, drei, zwei, eins, los Schön Lass hier auf unsere jeweiligen Dinger droppen Würde ich auch sagen Warte krass Erstmal runter In und Blaze, in und Blaze, 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 Blaze Bleib hier einfach hinter Ich rette dich Oh Gott Ich schieße auf sie Halt mich Pass auf, Zombie-Pigments daneben Ach du Scheiße Ja, ich habe einen getroffen Mach dir mal den Gang zu Ich gehe in den Zombie-Pigments Ja, ich habe die Lace Oh, dass wir das geschafft haben Wird wirklich gut Das war entspannt Drei, zwei, drei, zwei, eins, los Sehr gut So, wer baut ab? Ich kann das machen Wie mir zu viert so richtig Angst Mann, der ist zu clever Mach's aus, Basti Head creative Ich finish ihn Oha Easy Ohne Perlo Ja, jetzt haben wir schon drei Jetzt haben wir schon drei Dann würde ich einfach sagen Jeder für sich allein, oder? Ach so, ja So hochstacken wieder Drei, zwei, drei, zwei, eins, los Drei, zwei, eins, los Perfekt Okay Ich habe heute nicht mal gebaut Du bist einfach so hochgesprungen Ja, natürlich Ey, wir haben den Nether geschaut Bitte Also, bereit? Ja Drei, zwei, drei, zwei, eins, los Ich bin drin Ich renne, ich renne Lila, Lila Und jetzt nicht laufen Nicht laufen Oh mein Gott Insane Okay Jetzt Holzfarm, ne? Ja Ihr habt über sechs Decks Und dann traden wir jetzt alles auf den Boden An Sticks zu Emeralds Und dann stacken wir uns alle hoch Auf höhere Koordinate des Dorfs Traden da, hoffen, dass wir Enderperl bekommen Und dann können wir lostravelen Dann, also, dann sind wir ready Das ist vom Opel auf das Beste Die Holzmänner sind da Hi Hi, hi Moin Hier bitte sehr Ja Drei Zwei Drei Zwei Eins Los Drei Zwei Drei Zwei Eins Los Dann jetzt leider Hier weiter hoch Kannst du das sagen? Ja Mhm Drei Zwei Drei Zwei Eins Los Ich wäre fast runtergefallen Weil ich gegen Gluck gerannt bin Hey, WTF komplett neues Dorf hier einfach Aber wirklich Eine neue Welt Wirklich Was? Es gibt noch Schafe Wow So jetzt bitte kein Pfann Ich habe Is Yes Oh mein Gott Alright Also ich weiß nicht wie es euch geht Ich bin Ich bin auch ready Ja Ich würde das erste mal werfen Und wir müssen Also das Schönen wird ein bisschen länger dauern So, ne Aber wir gucken mal Tausend Blöcke In die Richtung Und bitte nicht auf dem Baum Ne, ist kaputt Ähm, ich habe anderthalb Stacks gebratenes Schweinefleisch Oh, das ist gut Das sollte erstmal ein bisschen reichen Das ist doch safe jetzt alles Ist das, ist das, ist das, ist das, äh, eins? Ja, okay Alter, ihr ist sicher, dass das eins ist? Ja Das ist doch nicht eins, oder? Doch Okay Okay, seid ihr alle drauf? Ja 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 Warum bin ich so viel früher rundum gefallen? Ja, das kam einem Das kommt einem nur so vor, glaube ich Wollen wir irgendeinen Bereich trockenlegen, oder so? Ja Ich würde, äh Ja, komm mal hier Komm mal rein Also ich glaube Das war nicht so gut, oder? Ja Hat wieder einen Schwamm Es ist zweimal zwei, Digga Nur ein paar Mal Platte kann das Ding kaputt machen Wirklich nie will anderen Kommt hier rüber, hallo Also Ich glaube einer Ja Nice Ich hab's geschafft Okay, bereit zum Hochstecken? Ja Drei Zwei Drei Zwei Ein Los Pass auf, wegen Lian Oh mein Gott Lass einfach den Lian außen so Warte, ich werfe einfach nochmal, was ich jetzt habe hier Oh Ich wangis Ich glaube, hier ist es Ja, lass jetzt mal hier runter bauen Also machen wir jetzt immer drei Blöcke nach unten, oder was? Lass mal an der anderen Seite runter droppen Einfach in das Tiefe Ja, okay Also Bereit? Ja Machst du jetzt wieder so wie früher? Drei Drei Zwei Eins Los Warte, lass uns erstmal hier ne Decke machen Ja Okay, gemütlich Ich würde so viel Tiefel möglich machen Ich würde viel runter machen Ja, lass ich jedes Mal nochmal korrigieren Mal gucken, ob ihr Achtung Ja Ob jeder richtig zählt Ey, aber das hier nicht die Wand in der Mitte wegmachen, oder? Guck mal weg Okay Bereit? Alle bereit? Ja Ja Ich habe Angst, ob das ein Mute ist Drei Zwei 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 Eins Los Ey, das ist die erste Challenge, in der man sich nicht muten darf Scheiße Alles, Kevin könnte ich mitmachen Drei Zwei 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 Pepega, mega Drei Zwei Eins Losers Oh Gott Oh je Oh Nein Doch, wir können noch mal Blocken einsparen Lass hier in unsere Richtung machen, oder? Aber es ist wieder eine Ravine wahrscheinlich Jetzt ist es sehr schlecht, Basti Also ist es Achso Es ist halt wieder zerstörter Dings Wahrscheinlich Oh Gott Ja, scheiße Nice Mach einfach einen Block, einen drüber Ja, aber dann Eiii Guck hier, komm Mann Oh, du bist so schlau, Fabo Drei Zwei Drei Zwei Eins Los Habt ihr euch in dem Gewitter nicht gehört Drei Zwei Drei Zwei Ein Los Das ist Trouble Ja, noll Alter Ich hab's gesagt Alter, was für ein geiler Moment, ne? Ja, das war mein schönster Minecraft-Moment Da unten geht's auf jeden Fall weiterlaufen Auf droppen Auf droppen? Lass da auf droppen Okay Drei Zwei Drei Zwei Eins Los Die Mobs müssen sich auch so denken So, was machen die? Die blöd Ja, lass jetzt schnell runter, bevor irgendwas kommt Ja, baub, baub, baub Wenn du möchtest Ja, komm her, komm her Achso, wir bauen ab Achso, ja, okay Wer kann? Okay, jetzt kommen wir wieder Aber baut mal das, wie echt Fabo das gemacht hatte Mit den Hier ist er Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn Oh mein Gott, nice Warte, warte, du kannst dich hoch Du kannst dich hoch Oh, ha, ha, ha Voll trepp mal, zufort Zuford trepp mal bauen Bitte Bau sie ab, biete Digga, wie viel stecken hier schon, oder? Jetzt seid ihr alle bereit? Okay Ja Drei Zwei Drei Zwei Eins Los Drei Zwei Drei Zwei Eins Los Drei Zwei Drei Zwei Eins Los Jetzt muss man aufpassen, was das dem immer aufs Auge geht, würde ich nicht machen, oder? Erstmal Warte mal Karl, steck mal rein Lass halt jeder von so einer Ecke reinlaufen, oder? Dann kann man gar nicht auf die Augen stellen Ich bin dreht, ich bin dreht Rein, 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 rein Reine, rein, 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 oh my god Ich hab mich auf die Ecke gestellt Ach du scheiße Seid ihr bereit? Hat jeder, hat jeder, hat jeder hier ein Ding? Seid ihr bereit? Ja Hat jeder ein Loch, hat jeder ein Loch? Ich hab kein Loch Bereit Warte, 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 ja, ja, ok Drei Zwei Warte, 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 nein, 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 chill Okay Jetzt Warte, nein, 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 nein Oh, gut Jetzt Drei Zwei Drei, zwei, eins, los Drei Zwei Ich habe nicht so viel Platz, okay, ein Monat, jetzt Drei, zwei, drei, zwei, eins, los Drei, zwei, drei, zwei, eins, los Gut, stopp Okay Jetzt, okay Drei, zwei, drei, zwei, eins, los 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 Es ist so geil, dass wir hier hoch sind, oh Gott Lass hier laufen einfach so, weil die geht ja drängen bleiben, ja Können wir noch einen? Ja, können wir, können wir, klar Okay, drei, zwei, drei, zwei, eins, los Ja, er würde jetzt eh gleich nochmal anfliegen zum Regenerieren Das Ding ist, oh, Jungs, das Problem ist, er ist jetzt in der Mitte Und wir müssen halt jetzt ausweichen, ne Ja, genau Also, haltet ihm ein Auge oder geht einfach schon mal weit weg, oder nicht? Ja, auf jeden Fall versuchen, auf eurem Ring zu bleiben Aber ja, er würde mich halt So, wir müssen aber jetzt noch seine Dingsis wegmachen Ja, die Dingsis sind dann noch oben Schön Ist tot Okay Ist noch einer? Glaub nicht Wir müssen gucken, wenn er saugt Ist ein Homo Ja, einen Oh, wie nah ihr dran seid, Bro Alter Ja, ich hab ihn Boah, es ist Endstone Hard Was? Ja, der Endstone ist Hard, kann ich nicht so schnell abbauen, Mann Achso, ich dachte, es ist ein Adjektiv Es ist so Endstone Hard, Leute Ich dachte, es ist auch Digga, es ist so Endstone Hard gerade Haben wir mal eine Obsidian-schwere Challenge gehabt, Digga? What the fuck? Junge, wir kassieren was? So auf ein T-Shirt oder so, finde ich Baba Endstone Hard Genau, eine Band-Seite Das Ding Das trifft keiner Der Arme Jawoll Winde dich Und drehe dich Endstone Hard in die Fresse Jetzt aufpassen wegen, ne? Ja, schön außen Okay So weit weg es geht Jetzt direkt wieder auf ihn drauf Endstone Hard Bei mir ist er Jungs Wir haben's Eins auf Ja Erstmal rumlaufen, wo ich will Oh mein Gott, endlich Ich bin frei Es ist so krass Ohne, es ist halt übertrieben Bock gemacht Alter, holy shit, ey Level 68 Alter Junge Junge, ohne Mist Ich liebe so ne Also ich liebe so ne T-Shirt Ja, Alter, das war Das war Das war insane